Hallo! Ich nehme euch mit auf die Suche nach dem wilden Mustang Spirit. Dabei mache ich aber auch noch andere Quests. Hier muss ich Fotos machen. Dann gehen wir einen Apfel kaufen. Falls wir den Hengst entdecken. Ein Foto müssen wir noch machen. Ich bin müde. Warum ist das Perse-Lama-Schick? Kann man hier Apfel kaufen? Ja. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin müde. Irgendwas leuchtet hier. Ich bin müde. 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 Es ist so kacke, wenn man die Strecke nicht kennt. Ich bin müde. 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 Untertitelung. BR 2018 Wie lange geht die Strecke hinunter? Wir hätten sie beinahe verpasst. Wie lange geht die Strecke hinunter? 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 Und wie haben sie gleichgeschraubt? Oh, na. Oh, na, na. Gut, dann gehen wir mal auf die Suche nach Spirit. Spirit, bist du? Spirit, bist du? Nee, das ist nicht Spirit. Magst du Apfel? Spirit, bist du? 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 Dann gehen wir mal Treppen steigen. Kannst du sowas? Tatsächlich? Ist eigentlich auch unwahrscheinlich, dass man mit dem Pferd zu steigen kann. Kannst du sehen? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und echtes Geld eingeben möchte eigentlich auch eher weniger Blip stehen, wir müssen ein Foto machen. Das ist ein Foto. Ich finde es cool, dass man so in die Leute reinreden kann. Das ist ein Foto. 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 Das ist ein Foto.